Bibelferse für Kinder erklärt Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. 2. Chronik 16, Vers 9 König Asa hat weit aufgerissene Augen, er schnaubt vor Wut. Was bildet Hanani sich ein? Mir, dem König von Judah, wirft dieser Prophet vor. Ich hätte töricht gehandelt? Und wenn schon, ich stecke ihn einfach ins Gefängnis. Dann kann er reden, was er will. Wer ist dieser König Asa von Judah und was macht ihn so wütend? Wir lesen von ihm, dass er Gott treu gedient hat. Er zerstörte die Götzenaltäre und riss die heiligen Steine und Holzpfähle nieder, die anderen Göttern geweiht waren. Er forderte die Bevölkerung von Judah auf, nur dem einen wahren Gott zu dienen. Es herrschte Frieden im Land. König Asa war ein Ur-Urenkel von König David. David war König über ganz Israel. Davids Sohn Salomo wurde sein Nachfolger. Salomo war also der Uropa von König Asa. Auch Salomo war König über ganz Israel und baute den Tempel in Jerusalem. Salomos Nachfolger war sein Sohn Rehabeam. Er war nur noch König über Judah. Das lag daran, dass es unter König Rehabeam zur Teilung des Reiches kam. Die Reiche, die nun entstanden waren, waren das Nordreich Israel und das Südreich Judah. Rehabeam bestimmte seinen Sohn Abija zu seinem Nachfolger. Abija war der Vater von König Asa, über den wir jetzt sprechen. Diese königliche Linie zu kennen ist wichtig, denn viel, viel später wird auch der Herr Jesus in diese Königslinie hineingeboren. Seine Mutter Maria war mit Josef verheiratet, der zwar kein König war, aber auch aus der Königslinie von David stammte. Damit ist der Herr Jesus der rechtmäßige König über ganz Israel. Zugegeben, das waren jetzt ziemlich viele Namen, aber Lernen ist wie Puzzeln. Wenn man viele Puzzleteile zusammenbringt, fängt man meist irgendwo an und je fleißiger man puzzelt, desto schneller hat man das Bild zu Ende gepuzzelt. Übrigens, jetzt kann auch die erste Seite des Neuen Testamentes für dich interessant sein, denn da findest du die Namen der Könige im Stammbaum Jesu wieder. Von wegen, Stammbäume sind langweilig, es kann sehr spannend werden, denn zu den Namen gibt es Geschichten, die du im Alten Testament nachlesen kannst. Hören wir noch einmal unseren Vers. Für das Volk Judah war es sehr gut, dass König Asa so gehorsam war, das brachte dem ganzen Volk Frieden. Eine Zeit lang jedenfalls. Asa hatte ein großes Heer. Einmal wurde er von einem Heer aus Äthiopien angegriffen. Asa schrie zu Gott um Hilfe. Er gab zu, dass er völlig von Gott abhängig war. Und Gott hörte auf Asa und schenkte ihm den Sieg über die Feinde und reichliche Kriegsbeute. Dann kam der Prophet Asaria zu Asa und erzählte ihm und dem Volk Judah davon, wie ungehorsam das Volk Israel damals gewesen war und vom Gesetz Moses nichts wissen wollte. Er erinnerte Asa daran, dass Gott das Volk Israel bestrafte und sie dadurch große Probleme bekamen. Wenn sie zu Gott umgekehrt sind, half er ihnen. Gott kennt uns Menschen gut und weiß, dass Erfolg uns ganz schnell hochmütig machen kann. Aber das ist bei Königen nicht anders. Aus genau diesem Grund schickte Gott den Propheten Asaria zu König Asa von Judah. Ruhe dich nicht auf deinem Sieg aus, will Asaria ihm sagen. Asa versteht und entfernt noch einmal die Götzen aus Judah, die sich im Laufe der Zeit wieder im Land befanden. Von den erbeuteten Schafen und Rindern opferte das Volk Judah eine große Menge und sie versprachen Gott die Treue von ganzem Herzen. Sie jubelten und bliesen Trompeten und Posaunen. Wieder schenkte Gott ihnen Frieden. Doch nun zurück zu unserem Vers. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. 2. Chronik 16, Vers 9 Am Anfang sprachen wir davon, dass Asa ziemlich wütend war, als der Prophet Hanani zu Asa kam. Um was ging es da eigentlich? Der König von Israel hatte Asa bedroht und wollte die Kontrolle über Judah ausüben, indem er die Stadt Rama zu einer Festung ausbaute. Schrie Asa diesmal auch zum Herrn? Nein. Er schickte dem syrischen König Geschenke. Damit wollte er erreichen, dass der syrische König ihm im Kampf gegen Israel half. Der Prophet Hanani erinnerte Asa daran, dass er damals gegen Äthiopien einen Sieg hatte, weil er die Hilfe bei Gott gesucht hatte. Diesmal war es anders. Diesmal suchte Asa die Hilfe bei den Syrern. Das war sein Fehler. Und das hatte Hanani ihm gesagt. Asa war stolz und wollte diese Worte nicht hören. Er zeigte damit, dass er dem Herrn nicht mehr vertraute, sondern die Hilfe bei Menschen suchte. Sein Herz war nicht mehr ungeteilt auf den Herrn gerichtet. Von nun an würde er Kriege haben. Er musste mit den Folgen leben. Lasst uns überlegen, was es für uns bedeutet, wenn wir Gott nicht vertrauen und Menschen uns wichtiger sind als er. Gott will uns immer helfen, aber er will, dass wir ihm ungeteilt, also mit ganzem Herzen dienen und ihm den ersten Platz in unserem Leben geben. Zum Schluss noch einmal unser Vers. Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. 2. Chronik 16, Vers 9